Hallo Leute, ja es geht weiter, okay es geht weiter, ähm ja, okay, okay, ich habe langsam den Dreh raus, oh das ist dämlich, so, 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 ach da hat er Feiermelder, äh nein, äh, wie heißt das wieder? Wie heißt das nochmal? Oh, ich dachte schon, er kommt zu mir hier, das wäre etwas unlogisch gewesen, aber dieses Spiel kann man ja nie wissen, ich will mal wissen, was die Herzen bringt, fein dem Essen, wenn du das weißt, sag das mir, oh scheiße, ähm, so, Mr. T, was willst du? So, äh, das war kurzer Prozess, oh, das war knapp, bitte, ja, was will ich mit dem Schlüssel? Ist hier ein Schatz oder was? Oh Oh Ähm Okay, das war das Ende dieses Spiels, ähm, dieses Levels Kann ich eigentlich da rein? Oh, da kann ich jetzt eigentlich rein Oh 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 Hab ich das schon, ich glaube, ich habe das irgendwo mal gemacht Ah, warte, wie ging das nochmal? Ah, okay, okay, verstehe, verstehe, verstehe So ist es also, okay Ey, Mann, leck mich Verdammter Spasti Komm Ja, ins Wasser, ist klar Mit deinen Muskelgepackten Armen, geschaffst du es nochmal rüber Ah, so Ah Ja, ich habe nichts, ich weiß Ich weiß, verpiss dich, ja Oh, ich glaube, das war etwas Fehler Egal, egal Okay, wir kommen da hin Aber ich will mal kurz was sehen Okay, wir haben wirklich alles Das ist hier, glaube ich, die letzte Stage Dann ist das Spiel auch vorbei Okay Und wer ist wo der Boss in diesem Level? Hm So Okay, die sind eingesperrt Aber ich weiß nicht, wozu Ach, die Leute Ähm, okay Irgendwas Böses ist passiert So So Wie soll ich jetzt da hochkommen Okay, da ist die Treppe Okay Aufbrechen Okay, komm her Ah, du Ist klar, der ist oben irgendwie stecken geblieben Ist klar Aufbrechen Runterwerfen Ähm, okay Ich kann es einfach Ähm, bitte Ja Zerbreche es Jetzt Okay Okay So Okay, Männer geschafft Ja Ja, jetzt sind wir Ähm Feuerdrache Feuerdrache Wario Irgendwie ist das zu leicht für mich Ich habe das viel schwerer in meiner Erinnerung Achso Ach, fick dich Komm nochmal Nochmal hier Das schaffen wir doch Ja, stirb Zieh, zieh um dein Leben Okay, so Okay, so Jetzt einmal nochmal Ach, komm So So Und so Okay Ich will mal echt wissen, wer der letzte Boss ist Weil ich kenne das Spiel gar nicht Okay, es geht weiter Meine kleine Schwester war wieder hier drin Und wollte erzählen, dass ihr Zahn wackelt Aha Okay Und wo kommst du, du Komm her Ich bin da Spasti Kommt von irgendeiner Ecke Komm Ich nehme mich mit Okay Das mitnehmen war wohl nichts Oh, das war knapp Okay, so Ach, wieder die gleiche Scheiße nochmal So 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 Und so Okay Okay Aber ich muss mir immer noch was einfallen Wegen Zelda Also Sora Was er jetzt als nächstes machen soll Der Spasti Gegner ist ja so ein ekliger Spast Der gar nicht passt Okay Wartet mal Okay, es geht weiter Ich muss mal kurz husten Nee, 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 nee Nee, 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 nee Du Scheiß Habiter Nee, 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 nee Ach Gibt's Ey, sag jetzt nicht, ich muss das Ah Okay Das dritte Mal erspare ich euch Ich Wir sind uns da gleich wieder Also bis gleich Okay, es geht weiter Ich bin oben Okay Okay Okay, da geht's raus Was gibt's rechts Da geht's auch raus Okay Ich glaube da Hatte, ist das der richtige Weg? Egal, ich probier mal einfach aus Nee, 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 nee Ach Okay, einfach mal rein Okay Warte Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich hier einen Stern bekommen habe, oder? Ähm, ich glaube, ich habe vergessen, abzuspeichern Ähm, ja Ähm, stirb Dankeschön, ein Leben dazu Oh Ach, komm Komm her Hä, was war das denn? Hä? Ey, willst du mich natzen, oder was los? Ey, sag jetzt bitte nicht Okay, Leute Ihr müsst euch das durchziehen, das ist so halt Ich kann nichts dafür Doch, eigentlich schon, aber trotzdem Ihr müsst es einfach euch durchziehen Und einfach denken Kaushin hat nichts damit zu tun Das ist alles das Spiel schuld Weiter, weiter Komm runter Nee, 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 nee Komm Egal, jetzt, diesmal gehe ich da abspeichern Bevor ich da irgendwie weiter Irgendwelche Irgendwelche Dinger da ausprobiere Bestimmt war da ein Speicherblock Und ich bin so dämlich und gehe noch den rechten Weg Wieso muss aber der Fettsack so fett sein? Mann, komm Fick deinen Kumpel, los Tot So Teddybergschen So Die Stirb Okay, so Oh, das war knapp Okay, hoch mit mir Speicherblock 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 Ja Wie? Ich hab doch Münzen Oder was für Münzen wollen die hier? Hey, ich hab doch Münzen Hä? Warte, wieso nimmt er das jetzt nicht an? Das will ich jetzt mal wissen So Okay, ich hab jetzt Münzen Und ich werde irgendwie mal da speichern Verdammte Scheiße nochmal Ich hab keinen Bock, das alles jetzt normal zu machen Ey, du kannst mich mal so doll am Sack lecken Du weißt es nicht Mann Nö, 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 nö Okay, ich hab noch ein paar Minuten In diesen paar Minuten will ich mal wenigstens dieses Level hier schaffen Verdammt Oh, ja stimmt Ich hab ja schon alles Ich hab ja den Stern ja da schon benutzt Deswegen kommt er hier nicht mehr Okay So So, so, so Okay So, 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 so Tod Und ich krieg jetzt Wieder Meine Größe zurück Stirb Verdammte Scheiße Wieso konnte ich nicht speichern Nö, 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 nö Okay, komm Ja, geschafft Oh, nein Oh, ich dachte, der macht irgendeinen Fehler Oh, verdammt Raketenmodus Ähm Okay Ähm Okay Also, ja Ja, sieh Geht das kaputt? Was war das denn eigentlich? Sirup Castle Ähm Okay Okay, da gehen wir mal kurz rein Und danach Okay, einmal versuchen Okay, Geld bekommen, super Aber das reicht doch, Vario Du darfst auch nicht zu gierig werden hier Raus mit dir 48 reicht, nö Dann werde ich sowieso gleich den Part betten Und ja, wie ihr seht Mein Geld ist weniger geworden Ich bin ein paar Mal gestorben Ja, Vario, freu dich Du bist sowieso obdachlos Ich habe mehr Geld als du Okay, wir sehen uns das nächste Mal Tschüss Okay, wir sehen uns das